Herzlich Willkommen in meiner Praxis. Seit über 30 Jahren behandle ich nun Patienten der bioprogressiven Therapie nach Ricketts. Es handelt sich hierbei um eine besonders schonende Behandlung mit verhersagbaren Ergebnissen. Das Resultat lässt sich in verkürzter Behandlungszeit bei gleichzeitiger Steigerung der Behandlungsqualität erzielen. Gerne beraten wir Sie und freuen uns auf Ihren Besuch. Untertitelung des ZDF, 2020